Hallo Dracula, nur noch du und ich. Und dieses Stage verlangt der Anfang ziemlich viel Glück, Speedwarning-Techniken und ja, was will man mehr? Richtig, gar nicht. Nur noch durch, zu Dracula besiegen, wo gut ist. Jetzt hören wir mal ein bisschen die Musik hier an. Ja, schön. Wie man unschwer erkennen kann, ist mal hier jetzt ein Klop-Tower drin. Warum hab ich die Zeit eingehalten? Ich hab keine Ahnung, weil ich einfach mal ein bisschen auf Glück hoffe, glaube ich. Ich darf gleich den Deutsch hier nicht einsammeln. Hier, wo gut ist. Gut. Schnell durch, ich kann noch einmal die Zeit einhalten. Schnell hoch, 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 wunderbar. Voll Speedwarning und man ist hier gleich in Dracula angelangt. Ich hab zum anderen voll in Dracula. Ja, 1,30. Oh, ja, okay, nicht gleich in 1,30. Ich hab 5 bis auf. Obst du Torsche, Treppen rauf, so Dracula. Bei jedem Kase, welcher Teil ist das dabei? So, Herz, Herzen, ich war auf Herzen. So, na, Gott. Hallo, Herr Dracula. Der einzige Problem an Dracula ist, der swamt man ganz gerne in dir. So, ich bin mir jetzt ein bisschen ruhig. Das meinte ich wegen Indie Spawn immer. Oh, ja, ja. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.